drei flüsse eine stadt hand münden mit seinen wunderschönen fachwerkhäusern genau dort wo aus fulda und werra die weser entsteht beginnt sie jetzt die pack report sommertour 2022 unsere erststation knüppelverpackung um immer auf dem laufen zu bleiben klicken sie einfach regelmäßig auf unsere neue homepage park report e oder folgen uns einfach auf unseren social media kanal auf linkedin auf twitter und wo wir überall noch unterwegs sind ich gerade los bis gleich ich freundlich ja